Kapitel 33 Verheißungen göttlicher Führung Wie schön die Gewissenhaftigkeit eines göttlichen Freundes zu haben. Dein mitfühlender Heiland wacht über dir mit Liebe und Anteilnahme. Er ist bereit, deine Gebete zu erhören und dir in allen deinen Bedürfnissen zu helfen. Er kennt die Lasten jedes Mutterherzens und ist ihr bester Freund in jeder Notlage. Seine ewigen Arme unterstützen jede gottesfürchtige, treue Mutter. Hier auf Erden hatte er eine Mutter, die mit Armut, ängstlichen Sorgen und Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Deshalb kann er mit jeder christlichen Mutter in ihren Sorgen und Kümmernissen mitfühlen. Derselbe Heiland, der eine lange Reise auf sich nahm, um das besorgte Herz einer Frau zu erleichtern, deren Tochter von einem bösen Geist besessen war, wird auch die Gebete einer Mutter erhören und ihre Kinder segnen. Der eine, der einer Witwe ihren einzigen Sohn wiedergab, als dieser zur Beerdigung getragen wurde, wird heute genauso durch den Kummer einer hinterbliebenden Mutter berührt. Er, der Tränen der Anteilnahme am Grab des Lazarus weinte und Martha und Maria ihren verstorbenen Bruder zurückgab, der Maria Magdalena vergab und sich seiner Mutter erinnerte, als er qualvoll am Kreuz hing, der den weinenden Frauen erschien und sich zu seinen Botschaftern machte, damit sie als Erste die frohe Kunde vom auferstandenen Erlöser verbreiteten. Er ist noch heute der beste Freund der Frau und bereit, ihr in allen Lebensangelegenheiten zu helfen. Keine Arbeit ist der einer christlichen Mutter zu vergleichen. Sie weiß, was es bedeutet, ihre Kinder in der Bildung und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Wie oft wird ihr die Last schwerer vorkommen, als sie zu tragen imstande ist, und wie wertvoll wird ihr das Vorrecht sein, deswegen zu ihren mitfühlenden Erlöser zu beten. Sie kann ihre Lasten zu seinen Füßen niederlegen und in seiner Gegenwart eine Stärke finden, die sie erhalten und mit Fröhlichkeit, Hoffnung, Mut und Weisheit in den schwierigsten Stunden erfüllen wird. Wie tröstlich ist einer sorgenerfüllten Mutter das Bewusstsein, in all ihren Schwierigkeiten einen solchen Freund zu haben. Wenn doch die Mütter häufiger zu Christus gingen und ihm völliger vertrauten, dann würden ihre Lasten leichter und sie fänden Ruhe für ihre Seelen. Der Gott des Himmels hört dein Gebet. Ohne himmlische Hilfe kannst du deine Kinder nicht so groß ziehen, wie es nötig ist. Weil die gefallene Natur Adams immer nach der Oberherrschaft strebt. Das Herz muss für die Grundsätze der Wahrheit vorbereitet werden, damit sie in der Seele Wurzeln und im Leben Nahrung finden. Eltern müssen erkennen, dass sie die Hilfe aus der Höhe erhalten, wenn sie Gottes Anweisungen bei der Erziehung ihrer Kinder befolgen. Sie haben davon großen Nutzen, denn während sie lehren, lernen sie auch. Ihre Kinder werden durch das Wissen, das sie in den Wegen des Herrn erlangt haben, Siege erringen. Sie können so natürliche und verderbte böse Neigungen überwinden. Eltern, arbeitet ihr mit unermüdlicher Energie für eure Kinder? Der Gott des Himmels achtet auf euren Eifer, euer ernstes Werk und eure ständige Wachsamkeit. Er erhört eure Gebete. Er zieht eure Kinder mit Geduld und Zärtlichkeit für den Herrn. Der ganze Himmel hat ein Interesse an eurer Arbeit. Gott wird sich mit euch verbinden und eure Anstrengungen mit Erfolg krönen. Wenn ihr versucht, die Heilswahrheit verständlich darzulegen und die Kinder auf Christus als ihren persönlichen Heiland hinweist, werden euch Engel Gottes zur Seite stehen. Der Herr wird den Eltern Gnade schenken, um in ihren Kleinen einen Interesse für die wertvolle Geschichte vom Kind in Bethlehem zu wecken, das in der Tat die einzige Hoffnung der Welt ist. Eltern sollen in ihrer wichtigen Aufgabe um himmlische Hilfe bitten und sie empfangen. Auch wenn Charakter, Gewohnheiten und Praktiken der Eltern schlecht entwickelt sind, wenn die Lektionen ihrer Kinder und Jugend zu einer unglücklichen Charakterentwicklung geführt haben, brauchen sie nicht zu verzweifeln. Die umwandelnde Kraft Gottes kann vererbte und anerzogene Neigungen umwandeln, weil die Religion Jesu emporhebend ist. Wiedergeboren, meint eine Umwandlung, eine Neugeburt in Christus Jesus. Wir müssen unsere Kinder in den Lehren des Wortes unterweisen. Wenn du rufen wirst, wird der Herr dir antworten. Er wird sagen, hier bin ich, was möchtest du, was ich dir tun soll? Der Himmel ist mit der Erde verbunden, damit es jedem möglich ist, ihren Auftrag zu erfüllen. Der Herr liebt diese Kinder. Er will, dass sie mit einem Verständnis für ihre hohe Berufung erzogen werden. Der Heilige Geist wird führen. Die Mutter sollte ihr Bedürfnis erkennen, vom Heiligen Geist geführt zu werden, damit sie eine echte Erfahrung im Gehorsam gegenüber dem Weg und Willen Gottes hat. Dann kann sie durch die Gnade Christi eine weise, sanfte und liebevolle Lehrerin sein. Christus hat jede Vorkehrung dafür getroffen, dass jeder Elternteil, der vom Heiligen Geist geführt wird, Stärke und Gnade erhält, um ein Lehrer im Heim zu sein. Eine solche Erziehung und Ausbildung wird einen frommenden und vornehmen Einfluss ausüben. Himmlische Kraft wird mit menschlicher Anstrengung verbunden. Ohne menschliche Anstrengung sind himmlische Bemühungen vergeblich. Gott wird kraftvoll wirken, wenn die Eltern in vertrauensvoller Abhängigkeit zu der auf ihnen ruhenden heiligen Verpflichtung erwachen und sich bemühen, ihre Kinder richtig zu erziehen. Er wird mit den Eltern zusammenarbeiten, die ihre Kinder sorgfältig und unter Gebet erziehen und für ihre eigene Erlösung und die ihrer Kinder wirken. Er wird in ihnen das Wollen und Vollbringen zu seinem Wohlgefallen wirken. Menschliche Anstrengungen allein werden deinen Kindern nicht helfen, einen vollkommenen Charakter für den Himmel zu erlangen. Aber mit himmlischer Hilfe kann ein großes und heiliges Werk getan werden. Wenn ihr eure elterlichen Pflichten in der Stärke Gottes und mit fester Entschlossenheit aufnehmt, in euren Anstrengungen nicht nachlasst, euren Posten der Pflicht nicht verlasst und die Kinder zu dem macht, was Gott möchte, dann sieht er wohlgefällig auf euch herab. Er weiß, dass ihr euer Bestes gebt und er wird eure Kraft vermehren. Er wird den Teil der Arbeit übernehmen, den die Eltern nicht tun können und mit den weisen, geduldigen, zielgerichteten Anstrengungen einer gottesfürchtigen Mutter zusammenarbeiten. Eltern, Gott hat nicht die Absicht, das Werk zu vollbringen, das er euch überlassen hat. Ihr dürft nicht Träger aufgeben und faule Diener werden, wenn ihr eure Kinder vor den Gefahren bewahren wollt, die sie in der Welt umgeben. Klammert euch in Versuchung an Jesus. Eltern, sammelt die Strahlen himmlischen Lichts, die auf euren Pfad scheinen. Wandelt im Licht, wie Christus im Licht ist. Wenn ihr euch vornehmt, eure Kinder zu retten und auf der Straße der Heiligkeit zu bleiben, werden die herausforderndsten Versuchungen kommen. Aber lasst euren Halt nicht los. Klammert euch an Jesus. Er sagt, lasst ihn an meiner Stärke festhalten, dass er Frieden mit mir macht und er soll Frieden mir machen. Schwierigkeiten werden auftreten, ihr werdet auf Hindernisse stoßen. Blickt ständig auf Jesus. Tritt ein Notfall ein, dann fragt, Herr, was soll ich jetzt tun? Je härter die Schlacht, desto größer ist ihr der Eltern Bedarf an Hilfe von ihrem himmlischen Vater und umso deutlicher wird der Sieg sein. Arbeite dann im Glauben. Eltern sollten die ihnen zugewiesene Aufgabe geduldig, liebevoll und als treuer Haushalter der mannifachen Gnade Christi erfüllen. Er wird erwartet, dass sie als treu erfunden werden. Alles muss im Glauben getan werden. Sie sollten ständig zu Gott beten, dass er ihren Kindern seine Gnade einpflanzt. Sie dürfen in ihrem Werk niemals müde, ungeduldig oder ärgerlich werden. Sie sollen sich eng an ihre Kinder und an Gott klammern. Wenn Eltern geduldig und liebevoll arbeiten und ernstlich bestrebt sind, dass ihre Kinder den höchsten Stand der Reinheit und Bescheidenheit erreichen, dann werden sie Erfolg haben. prof皆 in der Richtung Mischung Moge 하나 in der Richtung Untertitelung des ZDF, 2020